Für das 100 Jahre Jubiläum wünsche ich dem VSS, dass er in Zukunft auf nachhaltigen, finanziellen und strukturellen Beinen stehen kann, sodass man sich intern mehr auf die Inhalte fokussieren kann, um Struktur zu streiten und natürlich ein cooles Fest. Der VSS sollte anfangs viel präsenter sein als die Politik generell, um seine Meinung effektiver darzulegen und inhaltlich wäre ich dafür, dass der VSS vor allem die Chancengleichheit einsetzt auf mehreren Ebene, sei das schlechter oder sozioökonomisch, weil das eigentlich die Grundlage ist unserer meisterischen Position. In meiner Zeit im VSS habe ich viel darüber gelernt, wie es ist mit Leuten zusammenarbeiten von verschiedenen Hintergründen und ich habe gelernt, dass es nicht immer einfach eine gemeinsame Meinung zu bilden, wenn so viele Leute nummeriert sind und eine effektive Kommunikation ist immer sehr wichtig. Das werde ich sicher noch in vielen Bereichen weiterhin brauchen. Bis zum nächsten Mal.